Manchmal wird ein sehr glücklicher Kandidat von außen für die Aufnahme an dieser heiligen Institution außer Chor. Es ist soweit. Es ist sie! Es gibt sie wirklich! Wir haben dich schon erwartet. Die Schule für Gut und Böse. Dort nimmt die wahre Geschichte von jedem großen Märchen ihren Anfang. Die Schule der Guten bildet die Helden aus. Die Schule der Bösen, die Schurken. Sie wollen mir erzählen, dass Aschenputtel und Schneewittchen und Hans und die Bohnrenke echt waren? Unsere Absolventen erleben wahrhaftige Abenteuer, die zu den Geschichten werden. Die die Welt verändern. Das ist alles, was ich jemals wollte. Ich kann kein gewöhnliches Leben führen. Aber wie gehöre ich hierher? Oh je. Du hast dich wohl verirrt. Das ist noch untertrieben. Zukünftige Helden und Schurken. Es wird Zeit, dass du dich dazu bekennst, auf welcher Seite du stehst. Ich habe es satt, dir erbärmliche, kleines Tophie zu sein. Du kannst mehr sein, als du dir jemals erträumt hast. Du wirst nicht nur die Schönste im ganzen Land sein. Du wirst die Stärkste sein. Die Regeln dieser Schule müssen befolgt werden. Das gefährliche Böse ist hier. Wir müssen Sophie beschützen. Wenn Sophie zur Bösen wird, wird niemand überleben. Ich bin deine beste Freundin. Das Böse kontrolliert dich. Mein neues Ich gefällt mir. Ich dachte eigentlich, fählen wir nett.